Noch 15 Scheiben, Raststation. Er trifft zwei Pfeile, ich erst drei daneben. Der Rare ist tot. Auf zur nächsten Scheibe. Perfekt. Knapp vorbei ist auch daneben. Super, getroffen. Gar nicht so leicht. Perfekt. Ich bin ja super. Wenn du willst, kannst du gerne noch mal. Dann trifft nochmal. Bravo, gratuliere. Klasse. Passt. Klasse. Ja. Das ist ein bisschen schwieriger. Der war gewaltig. So. Gratuliere. Der war super. Du musst alle weg fahren. Wake in the hell eat. Perfekt. Kann sogar krill sein. Genau. Genau. Jetzt warten wir. Jetzt warten wir. Schön, was wir noch besser machen. Ja. Genau. Genau wie. Aber schon mitten rein. Perfekt. War ein perfekter Schuss. Auch gut geschossen. Weißt du? Richtig schön. Nächstes Ziel. Schön. Super. Brav. Ja. Dann haben wir noch. Die Hälfte war gut. Bingo. Sehr gut. Du hast gesagt, mit einem zweiten Driftstedt. Ja. Du hast gesagt, mit einem zweiten Driftstedt. Ja. Also hier kann man nichts mehr so, perfekt, richtig cool. Bingo, perfekt, super, sprachlos Bingo, perfekt. Perfect, richtig schön, klasse. Wenn du das Junge hier triffst, das ist doch nichts. Das ist glaube ich bei weitesten Scheiben halt, das sind sicher 30 Meter oder 25 Meter so. Gut, was falsch ist? Oh, nicht gut. Oh, der war aber super. Boah, der war cool. Aber, die Nase vom Kölb, gut geschossen lieber. Fast. Uh, das ist tiefer. Oh, 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 der Bär. Siehst du da am Bären? Ah ja. Oh, das ist tiefer. Oh, das ist tiefer. Oh, das ist tiefer. Das sind tiefer. Getroffen worden. Dreck! Wahnsinn. Und wieder getroffen. Wunderschön. Scheibe 20. Wunderschön. Wo sind die Pflöcke? Weiß ich den Roten. Und wo ist der Keiler? War cool. Das ist cool. Echt cool. Wunderschön. 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 Puh, der war noch gerade noch, hast Steinmüller noch gerettet. Kohl! Schön, ja. Da ist der Hirsch, da liegen der Hirsch. Das ist der Hirsch. Ah, Midnight, wieder Camilla. Ich muss ja noch einen Müller aufholen, denke ich. Schlüssel mal daneben. Juhu! Naja. Passt. Sehr gut. Ich muss ja noch einen Müller aufholen. 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 Wie war's denn? Naah! Oh, ha ha. Interessant. Da muss man auf das rutschige Wackelbodest. Oh, sehr rutschig. Wie meint mir Hilfe? Wo ist das Ziel? Ah, cool. Ah, cool. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Fasad, der ist nicht so klein. Schaut es aus. Der ist ja riesig. Zwei Fasad. Schön, oder? Schön klein. Der war schön. Ein Wildschwein, wo ist das? Schön. Keine Null mehr. Schön. Klasse. Gleichstand. Bauen. Jetzt gehts. Was war? Wollen wir am Ascht hängen? Am Ascht. Ja, geht. Jetzt kommt passieren. Arme Schweine. Und da ist der Hirsch. Oh, der hat nicht mehr lange leiden müssen. Schöner Blatschuss. Geil. Hast du gefunden? Jetzt fängt es genau an regnen. Jetzt sind wir richtig fertig. Jetzt läuft die Zeit. Geil war's. Jeder zwei Nuller, das passt, oder? Gut. Geil. Gut. Ich habe versucht, Dwife. Wir sind Hallo. Klavier zu sagen. Vielen Dank.